Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu U-Boat. Wir schreiben den 13. Februar 1941 und sind wieder bereit zum Auslaufen. Ich habe das U-Boot neu beladen, sprich Torpedos sind wieder aufgeladen, aufmunitioniert, Proviant ist wieder ausreichend an Bord und vollgetankt ist natürlich auch. Ziemliches Sauwetter, ich würde sagen, wir gehen auch direkt auf Feindfahrt. Ich habe natürlich auch einen Auftrag angenommen und zwar, ihr seht das rechts oben, wir sollen wieder ein Operationsgebiet erreichen und dort dann 2250 Kilometer patrouillieren und dieses Mal müssen wir auch ein bisschen mehr Tonnage versenken, sprich 7000 Tonnen Bruttoregistertonnage feindlicher Handelsschiffe. Also, mal rein in die gute Stube, es regnet wie Sau und wir machen uns direkt vom Acker. So, jetzt muss ich mal schauen. Also, ich glaube, bei Regen muss man tatsächlich auch ein bisschen darauf achten, weil da auch Wasser ins Boot kommt. Wahrscheinlich nicht in allzu großer Anzahl, aber muss man so ein bisschen mit auf dem Schirm haben. Wir setzen uns erstmal einen Kurs und sehen zu, dass wir vorankommen. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Erstmal schön hier raus und dann suchen wir uns das Operationsgebiet und dort schauen wir natürlich, dass wir möglichst schnell dorthin kommen. Okay, das ist sowieso direkt hier drüben und dann wie gehabt müssen wir dort patrouillieren. Dann sehen wir mal zu, dass die Posten auch alle besetzt sind. Also, Mannschaftszuteilung. Den Kommandanten packen wir natürlich oben auf den Turm. Dann sehen wir zu, dass die Maschinen besetzt sind. So, Öldor ist, glaube ich, der leitende Ingenieur. Genau. Der Kollege Wächter, der ist für die Torpedos zuständig. Haargenau, das ist der Bootsmann. Das wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass es auf jeden Fall auch Sinn macht, jemanden an den Kartentisch zu packen. Deswegen machen wir das mal. Und das müsste dann auch schon so weit ausreichend sein. Gut, können wir Gas geben. Schienentelegraf, langsame Fahrt. Kurs ist gesetzt. Und wir stechen in den See. Extrem dunkel ist es dafür, dass es gerade noch früher Nachmittag ist. 14 Uhr. Also, richtiges Sauwetter haben wir hier gerade am Start. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Na gut, das passt schon. Das ist halt mit der Kursfindung immer so ein bisschen schwierig. Da hätte ich hier noch ein bisschen präziser arbeiten sollen. So, machen wir mal so. So ist besser. So, dann eine gerade Linie. Okay, wir haben es gleich. Und ich bin mal gespannt. Also, ähm, mit den 7000 Tonnen, die wir jetzt versenken sollen, das war ja, auf der letzten Feinfahrt waren 4000 gefordert, aber am Schluss waren es ja doch deutlich mehr. Und das war jetzt also nicht so wahnsinnig schwierig. Selbst die Kriegsschiffe waren jetzt auch nicht so die mega fiese Bedrohung. Ich denke mal, das kommt halt erst noch alles im Laufe der Zeit, wenn die auch ihre Abwehrsysteme ein bisschen verfeinert haben, wenn Estek erfunden worden ist. Dann werden die uns schon ordentlich die Hölle heiß machen, aber ich glaube, bis hierhin sind wir eigentlich noch relativ, also können wir uns noch ein bisschen austoben. Also, Tonage sammeln. Und darum geht es auch erst mal. Also, das ist jetzt der zweite Schwierigkeitsgrad, die Aufgabe, die ich gewählt habe. Aber, mehr muss auch erst mal nicht sein, ehrlich gesagt. Also, diese Spionage-Missionen mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weiß ich nicht, ob ich, also werde ich sicherlich auch irgendwann machen, aber erst mal geht es darum, Feinfahrten, Tonage sammeln und vor allen Dingen halt Ansehenspunkte sammeln. Ich habe für die erste Feinfahrt, glaube ich, 33% bekommen. und die hier soll mir jetzt, wenn ich das erfolgreich abschließe, 66% bringen. Also, dann sind wir schon, mit ganz viel Glück haben wir dann vielleicht einen Ansehenspunkt und können damit schon irgendwas anfangen. Worauf ich hinarbeiten möchte, ist auf jeden Fall, einen weiteren Offizier zu bekommen. Das ist, glaube ich, erstrebenswert. So mal fürs Erste. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so machen können. Ich habe mir das auch ein bisschen angesehen. Also, noch eins nebenbei bemerkt, ich habe die Mannschaft jetzt noch nicht auf Landurlaub geschickt für 14 Tage. Ich glaube, das ist nach der ersten Fahrt noch nicht notwendig. Das wird wahrscheinlich noch irgendwann ein Faktor werden. Und ansonsten, wie gesagt, geht es erst mal darum, Tonage, Punkte machen, Ansehen gewinnen, damit ich halt irgendwie handlungsfähig bin und irgendwie, also wie gesagt, eben nochmal einen weiteren Offiziersplatz freischalten und dann auch irgendwie mal ein bisschen Forschung betreiben, wäre natürlich auch erstrebenswert. Aber auch dafür braucht man halt, man muss halt einen Offizier abstellen. Das ist halt ein bisschen problematisch für einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, der ist dann schon ein, zwei Wochen, ist der einfach weg. Der hilft halt dann irgendwo bei der Forschung mit und der ist logischerweise da nicht mehr verfügbar und kann einfach nicht mit auf Feinfahrt gehen. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so doof, erst mal einen weiteren Offizierslot freizuschalten, damit ich einen weiteren Offizier rekrutieren kann, damit ich da einfach keinen Engpass an Bord habe. So, ich überbrücke das Ganze mal ein wenig. Ziemlich raue See hier draußen. Wir sind jetzt kurz vor dem Operationsgebiet. Ich habe auch, wir hatten gerade einen kleinen Kontakt, also wir haben eine kleine Gruppe entdeckt, schnellfahrender Fahrzeuge. Ich habe einfach mal eine Funkmeldung rausgehauen, aber wir lassen uns davon jetzt nicht ablenken, sondern ich will erst mal ins Operationsgebiet kommen, dort die Patrouille beginnen und dann schauen wir mal, ob uns direkt was vor die Roge läuft oder ob wir einfach die Patrouille abschließen und dann selbst einfach nochmal den Suchkurs anlegen. Gut, wir schauen mal. Also wir sind schon fast angekommen. Also das, was in den Kommentaren kam, tatsächlich, dass man eben noch den Bootsmann am besten an die Karte setzt, das bringt auf jeden Fall gut was. Aktuell haben wir bei der aktuellen Fahrt 13.900 Kilometer Reichweite. Kraftstoff ist noch bei 94 Prozent, also damit werden wir gut durchkommen und sind ordentlich handlungsfähig, haben eine gute Reichweite und können, glaube ich, eine ganze Weile auf See bleiben. So, dann setzen wir hier mal so einen kleinen Suchkurs an. Hat mich im Übrigen natürlich auch sehr gefreut, die doch relativ oder ziemlich große Aufmerksamkeit, die die ersten zwei Videos bekommen haben und der ganze, also viele, viele positive Kommentare, viele Daumen nach oben. Sehr coole Sache. Gute Leute muss man haben. Gute Leute. Und es wird natürlich, also es kommen natürlich regelmäßig Feindfahrten. Es ist halt ein bisschen schwieriger zu organisieren, sage ich mal, als andere Dinge. Ich brauche einfach relativ viel Zeit einfach am Stück, weil ich will dann auch jedes Mal halt Konten streifen. Das ist aber nicht gut. Das sind das Flugzeuge, sehe ich das richtig? Okay, wir senden mal einen Bericht raus. Also geplant ist halt immer, freitags, wenn es denn funktioniert, eine komplette Feinfahrt am Stück aufzunehmen und dann, je nachdem, wie lange das dauert, kommen das, werden das halt zwei bis drei Videos, sage ich mal, die dann auch direkt in den Folgetagen erscheinen. Jeden Tag ein Video ohne große Abstände dazwischen. So, Flieger hatten wir sowieso noch nicht. Und ehrlich gesagt, also gegen Flieger sind wir halt auch relativ machtlos. Wir haben zwar diese winzige Flack hier hinten drauf, aber das ist ja auch mehr, ich sag mal, für das subjektive Sicherheitsgefühl. Also wirklich ausrichten, glaube ich, können wir damit nichts. Also vielleicht einen Aufklärer kann man damit mal unter Feuer nehmen, aber wenn die bewaffnet sind, dann gilt es eigentlich sofort abzutauchen. Also Kondensstreifen, das würde ich halt jetzt mal als Flugzeug bewerten. Was soll auch sonst ein Kondensstreifen machen? Kleine Gruppe. Oh, der kommt auf uns zu. Wir... Ach du Scheiße. Sofort tauchen. Auf... Zero Tiefe gehen. Wo sind wir denn eigentlich? Wir sind halt schon relativ nah an der Insel, oder? Ja klar, das ist halt dann Tommy. Und selbst wenn das jetzt nur ein Aufklärer ist, der uns vielleicht noch nicht angreifen kann, aber der kann natürlich, wenn der uns entdeckt, dann funkt der und dann schicken die ihre Kriegsschiffe los. Also mit bloßem Auge ist hier noch nichts zu erkennen. Deswegen hoffe ich mal, werden die uns auch noch nicht gesehen haben. Oh, oh, oh. Der muss ja... Oh, oh, oh. Das ist aber nicht gut. Der muss ja dann schon hier irgendwo sein. Okay, wir tauchen ab. Wechseln auf E-Motor. Schauen wir mal, ob wir den mit dem Periskop ausfindig machen können. So. Kapitän hat sich natürlich wieder schlafen gelegt. Immer dann, wenn es interessant wird. Wir gehen auf Zero Tiefe, weil ein Flugzeug unterwegs ist. Oh, die... Ah, das ist wahrscheinlich noch wegen dem ganzen Regengier. Und jetzt rufen sie Alarm aus. Okay, ähm, mal ein bisschen orientieren. Der Wächter pennt. Den schicke ich aber mal hier schnell an die Lenzpumpe. Der soll mir hier mal die 4,3 Kubikmeter Wasser rauspumpen. Kapitän, bitte aufstehen und in den Turm gehen. Na. Bisschen gewöhnungsbedürftig noch so die Steuerung. Ich schicke den auf jeden Fall mir mal hier ans Angriffsperiskop. Wir sind aber schon auf Zero Tiefe, oder? Oh, was passiert da? Werden wir beschossen? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Scheiße, da ist er. Was haben wir denn hier? Flugzeug. Nicht weiter identifiziert, aber... Ja, der schießt. Wir gehen runter. Auf 95 Meter gehen. Ach du. Oh, 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 oh. Oh, klingt da irgendwas aus? Das kann halt jetzt ganz schnell vorbei sein. Ach du Scheiße, Bomben. Fuck. Ach du grüne Neune. Schnell auf Tiefe gehen, schnell auf Tiefe. Ach du Scheiße. Und irgendein Seemann hat's erwischt. Das geht da gut los. Bevor wir das Zielgebiet erreicht haben. So, er ist im kritischen Zustand. Und da läuft auch so ein Timer. Was machen wir jetzt mit dem? Ich hab halt keinen Arzt an Bord in dem Sinne. Also keinen, keinen zugewiesenen Arzt. Ich würd mal versuchen, mit dem Kommandanten da irgendwas zu veranstalten. Schau mal, können wir da irgendwas machen? So. Ruhepause. Ruhepause. Ich glaub's echt nicht. Also das könnten sie aber mal irgendwie ein bisschen patchen, die ganze Geschichte. Frage Schadensmeldung. Ist nichts reingekommen, ne? So, den können wir jetzt Erste Hilfe leisten, theoretisch. Ah, ich brauch natürlich, ich muss mir erstmal einen Erste Hilfe Kasten holen. Also es wird schon direkt ungemütlich. Ähm, Scheißhaus machen wir mal zu hier. Kann ja nicht sein. Disziplin, Leute! So, ich muss zum Hauptlager. Lenzpumpe machen wir aus. Keinen Lärm verursachen. Wobei, ich weiß nicht, ob das bei Fliegern Relevanz hat. Und, ähm, gut, irgendeinen Schaden hat es also doch gegeben. Aber es hat ja einige Leute erwischt. Verdammte Scheiße. So, wir packen mal ein paar Verbandskästen hier ein. Und leisten mal Erste Hilfe. Moment mal. Ja, ich glaub, es sind doch nur die beiden Seemänner da vorne. Mal schauen. Da läuft die Zeit ein bisschen... Äh, fast zeitgleich. Okay, wir leisten hier mal Erste Hilfe. Das geht ja gut los. Wo bleiben denn unsere Seeaufklärer her, Göring? Der Gegner hat sie. Massenhaft. Große Redenschwingen. Das ist alles, was der Fettwanz leistet. So, das geht zum Glück relativ flott. Okay. Wurde stabilisiert. Das ist schon mal gut. Aber er wird immer noch als rot angezeigt. Der braucht wahrscheinlich eine ganze Weile, bis es dem wieder einigermaßen geht. Dann werden wir hier auch nochmal Erste Hilfe leisten. Also an Land bei der, äh, Besatzungs... Beim Besatzungsmanagement hatte ich mir schon überlegt. Weil, also einer der Offiziere ist halt praktisch offiziell... Hat keine direkte, spezifische Aufgabe zugeteilt. Arzt wäre dabei gewesen. Das wäre vielleicht keine so blöde Idee gewesen. Aber ich habe mir das jetzt erstmal noch freigelassen. Um zu schauen, was ich denn wirklich noch benötige. Hätte ich mal noch einen Arzt dazu genommen. Jetzt muss das halt alles der Kommandant machen. Aber er kriegt das relativ schnell hin. Das passt schon. Also die beiden sind erstmal stabilisiert. Okay, dann sollen die sich erstmal erholen. Schwein gehabt. Das waren ja locker vier, fünf Bomben, die er abgeschmissen hat. Wir bleiben erstmal getaucht. Umschalten auf Blaulicht. Ähm, sauerstoffmäßig, 92 Prozent. Ah, für die Moral. Genau, das wollte ich auch noch machen. Wo wir gerade hier bei der Kumbüse sind. Schmeißen wir noch ein paar Sachen hier rein, damit die ein bisschen Abwechslung haben bei der Küche. Trockneter Fisch. Paar Würstchen noch dazu. Sollte die Moral auch ein bisschen hochhalten. Taschenlampe an. Ah, die wunderbare Dieselmaschine. Oh, da hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ich es laut gemacht habe, aber es knarzt jetzt schon so ein bisschen im Gebelg hier. Wir sollten wieder ein bisschen höher gehen, glaube ich. Wir sind aktuell auf knapp 150 Meter. Wir gehen mal auf 90 Meter. 100 Meter. Ja, wir sind halt hier unten. Wir sind einfach blind. Ich packe erstmal den Funker an den Hochraum. Kann ich mal hier rüber wechseln. Aber den Flieger wird der halt auch nicht hören von hier unten. Sagt unser Kurs. Ja, den ändern wir natürlich mal ein bisschen. Also, der Flieger wird mal schon noch angezeigt hier. Warum auch immer. Den sollte ich ja eigentlich, dürftet ihr den einfach nicht mehr sehen. Ich weiß natürlich auch nicht, ob die Information stimmt. Ist natürlich gut möglich, dass der jetzt schon längst... Also, ich bin mir sogar absolut sicher, dass der gefunkt hat. Wäre da schön blöd, wenn nicht. Könnte ungemütlich werden. Wie spät haben wir es eigentlich? 13.30. Ja, ist auch ein bisschen ungünstig. Schraubengeräusch. Große Gruppe. Das schauen wir uns natürlich an. Auch wenn die jetzt natürlich alarmiert sein sollten. Also... Okay. Also Schäden haben wir zwar genommen, aber die wurden ja sofort auch praktisch automatisch repariert. Ansonsten wird hier nichts angezeigt. Also das sieht ganz gut aus. Soweit. Sollte ich vielleicht... Ah, wir haben kein Altmetall im Lager. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht noch ein paar... Ähm... Ersatzteile produzieren lassen sollte. Das kann man ja auch unterwegs machen. Ähm... Schauen wir mal ins Hauptlager, wie viel davon noch da ist. Komme ich von hier ans Hauptlager? Ach so, das ist nur dieser Schrank. Wir machen das gerade mal manuell hier. Aufstehen! Herr Kaloi. Ah, das ist der Schrank. Okay. Ab zum Hauptlager. Ich will nur gerade mal mir einen Überblick verschaffen, wie viele Ersatzteile noch an Bord sind. Weil eins werden sie jetzt wahrscheinlich schon verbraucht haben für die kleine Reparatur, die es da gab. Mh... Okay, ja, das passt eigentlich. Ne, ich glaube, ich hatte ursprünglich 10 an Bord. Mehr konnte ich nicht aufladen. Das sollte hoffentlich genügen. So, mit dieser Lüftung habe ich mich übrigens auch noch gar nicht auseinandergesetzt. Wo war denn die... Hier ist die Lüftung, ne? Ventilation einschalten. Ah, okay, das wird wahrscheinlich... Könnte mir die Tauchzeit erhöhen, vermute ich mal. Wir sind jetzt bei 87%. Na gut. Und wir gehen mal auf halbe Fahrt. Ah, das sind doch... Das sind doch einige Kilometer... Uh. Oh, 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 oh. Ne, 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 Freunde. Kleine Gruppe, eins bis drei. Ich würde mal vermuten, das sind Kriegsschiffe. Ja, die sind halt jetzt echt aufgeschreckt. Also meine Vermutung. Das hier, Kriegsschiffe, die laufen so schnell auf meine Position zu. Und das andere war wahrscheinlich ein Konvoi. Die laufen genau auf meine Position zu. Scheiße, die... Ach, du Scheiße, die Batteriekapazität. Oh Gott, oh Gott. Moment. Ja, die E-Motoren halt. Ah, ich habe keine zusätzlichen Männer an den E-Motoren. Das war natürlich auch wieder ein massiver Fehler. Wir gehen mal auf Seerohrtiefe. Wir müssen dringend auftauchen. Wir müssen die Batterien laden. Ach, du Scheiße. Ja, ich habe halt auch keine Geräte ausgeschalten. Das war natürlich auch außerordentlich dumm von mir. So, jetzt sind die Lichter aus. Ja, großartig, jetzt sind die Batterien leer. Aber wir können ja trotzdem hoffentlich auftauchen. Wenn wir anblasen können, können wir auftauchen. Wir brauchen jetzt keine E-Maschinen dazu. Behaupte ich jetzt einfach mal. Sonst sieht es echt mies aus. Die erste Feinfahrt ist so gut gelaufen. Ja, wir tauchen schon auf. Wir müssen einfach ganz hoch. Das hilft alles nichts. Blick auf die Karte. Miese Nummer. Aber wir haben es mittlerweile 3.30 Uhr. Mitten in der Nacht. Also wir müssen es einfach riskieren. Auftauchen. Das war schon auch nett gemacht hier mit der Taschenlampe. Warum ist hier niemand? Hat der sich auch... Das ist mit diesem Schlafenlegen geht mir tierisch auf den Sack. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich brauche jetzt dringend den Typen am Hoch. Ich sehe halt null. Hier, da muss er hin. Ach so, Gerät ist ausgeschaltet. Natürlich, das Ding braucht ja auch Saft. Oh Gott. Okay, aber wir sind aufgetaucht. Sehe ich das richtig? Das ist halt jetzt echt das Spiel mit dem Feuer hier. Ach und die Flagge wollte ich eigentlich beim Tauchen einholen. Ja, ich weiß. Kam auch in den Kommentaren. So, Dieselmotoren laufen. Batterien werden wieder geladen. Ist die halt schon ganz aufgetaucht. Ja. Da ist halt wirklich unruhige See hier draußen. So, Herr Kommandant. Das ist doch ein Elend. Es ist keiner auf dem Turm. Sind wir noch gar nicht ganz oben? Kann das sein? Jetzt sind wir aufgetaucht, oder? So, Dieselmaschinen laufen wieder. Posten verlassen. Ja, die müssen sich halt auch mal ausruhen zwischendrin. Das hilft halt auch nichts. Dringend mal den Kommandanten. Wir klettern mal hoch. Turmlug ist offen. Ich kann nicht hochklettern. Warum? Außendruck ein Bar. Turmlug. Ah, was ist denn da los? Der Auftrieb ist zu gering, um auf den Kommandoturm zu gehen. Das Auftauchen klappt nicht so zu hundert Prozent. Puh. Scheiße. Okay. Erstmal wecken wir den Kollegen auf. Hydrofon sollte wohl wieder funktionieren. Den setzen wir mal an seinen Posten. Batterien sind schon wieder ganz gut geladen. Dann machen wir mal folgendes. Wir schnappen uns mal den hier. Kann ich den jetzt hier nicht hinstellen? Was ist da los? Oder brauchst du irgendwen anders? Der ist an den Dieselmotoren. Ja doch, ich glaube, der braucht einfach einen Moment, bis der hier hinterkommt, oder? Ja, wir müssen die Drucklufttanks wieder vollkriegen. Ich glaube, das ist nämlich der Grund, warum wir nicht ganz hochkommen. Sehr gut. Dann war das jetzt übrigens auch echt eine knappe Nummer. Also wir sind ja gerade noch so an die Oberfläche gekommen, damit wir die Dieselmaschinen anschmeißen können. Wenn jetzt die Batterie komplett leer gewesen wäre und die Tanks nicht gereicht hätten, um hochzukommen, dann wären wir verratzt gewesen. So, jetzt müssten wir gleich auftauchen können. Was sagt das Hydrophon? Keine Peilung. Das ist schon mal gut. Also merke, bei Fliegerkontakt sofort abtauchen. Ist, glaube ich, empfehlenswert. So, jetzt schauen wir mal, ob wir ganz hoch kommen. Das ist immer noch extrem unbefriedigend. Da sagt der Kompressor. Mann, Mann, Mann. Der Dienst in der Marine hat Tradition in meiner Familie. Schön. Machen wir die mal beide an. 50 Bar fehlen noch. Bis das Ding wieder ganz gefüllt ist. Das sollte doch absolut ausreichen, um auftauchen zu können. Tanks, anblasen! Verdammt, was ist denn da los? Was mache ich denn falsch? Verdammt, was ist denn da los? Wir haben kein Wasser im Boot. Ja gut, wir warten jetzt mal, bis die Drucklufttanks wieder ganz voll sind. Aber das muss ja reichen. Mehr braucht es doch nicht. Also, um da noch hoch zu kommen. Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Wir lenzen mal. Vielleicht ist ja doch noch in der Bilge zu viel Wasser. Aber das kann auch nicht sein. Das muss reichen. Ja, läuft. Läuft bei mir. Muss ich schon sagen. Ja, komm. Knapp 230 Bar haben wir jetzt drin. Also, vielleicht ist das ja auch irgendwie eine kleine Buggeschichte. Vielleicht gehen wir nochmal auf Seerohrtiefe. Und tauchen dann nochmal auf. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was. Mann, Mann, Mann. Brutal schlechte Sicht. So, wir haben Kontakte. Schraubengeräusch. Kleine Gruppe. Das sind wahrscheinlich immer noch diese Kriegsschiffe. Also, die vermuteten Kriegsschiffe zumindest. So, ich versuche es nochmal mit Auftauchen jetzt. Das ist halt hier mit diesem Auftrieb. Was stimmt denn da nicht? Unser Boot hat einen neutralen Auftrieb und kann seine Tauchtiefe frei durch Benutzung der vertikalen Ruder ändern. So. Jetzt sind wir aber ganz oben, oder? Sieht immer noch nicht so wirklich aus. Also, hier steht zwar 0 Meter, aber wenn ihr euch den... ...den Tiefenmesser anschaut. Den Zeiger. Da stimmt doch was nicht. Ich komme einfach nicht ganz hoch. Ist doch irgendwas im Eimer. Ich meine, am Seegang kann es ja wirklich nicht liegen, oder? Das sehe ich doch hoffentlich richtig. Oder muss ich... Irgendwo habe ich irgendeine Station nicht besetzt, die ich dringend noch besetzen muss? Was denn der Marine hat Tradition in meiner Familie? Eigentlich nicht. Kapitän. Was ist mit ihm hier eigentlich, frage ich mich gerade. Na, das passt schon. Der ist einfach an der... Hier am... Dingsbums. Am... An den Ventilen. Ballasttanks sind geflutet. Aber warum ist das in roter Schrift? Posten ist von Klaus Hagenau besetzt. Ja, er ist ja eigentlich fürs Auftauchen zuständig. Alle Ballasttanks sind geflutet. Die sollen aber nicht geflutet sein. Können wir mal gerade die Position übernehmen und die Tanks manuell anblasen? Jawohl. Schauen wir mal. Vielleicht bringt das ja was. So, Ballasttanks wären dann angeblasen. Okay. Luke geht auf. Jetzt funktioniert das. Warum? Das verstehe ich jetzt aber nicht so ganz, muss ich gestehen. Ist vielleicht der Hagenau... Moment mal. Das ist ja auch... Das ist ja auch ein Kommandant. Ist der einfach nicht geeignet, um den hier hinzusetzen? Das ist wirklich äußerst merkwürdig. Brauche ich vielleicht einen weiteren Ingenieur? Ich verstehe es nicht. Aber okay. Kommandant bitte ans U-Zoo. So. So. Okay. Gut. Dann sind wir wieder beieinander. Schauen, dass wir hier nicht den ganzen Sprit rausballern. Ich glaube, jetzt können wir tatsächlich mal hier den Suchkurs weiter fortsetzen. Mann, 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 Mann. Was da schon wieder Zeit draufgegangen ist jetzt. Unglaublich. Konvoi. Konvoi. Der scheint aber extrem nahe zu sein. Ach du Scheiße, was ist denn da schon wieder los? Moment. Ganz, ganz langsam jetzt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ähm. Sofort auf Seerohrtiefe gehen. Auf Seerohrtiefe gehen. Ich glaube, wir sind gerade mitten in den Konvoi reingeraten, oder? Und aufgrund der schlechten Sicht und außerdem ist es ja auch noch ziemlich dunkel, haben wir den jetzt auch direkt nicht erkannt. Ja, schnell auf Seerohrtiefe, Leute. So, die Fahne habe ich wieder nicht abgenommen. Es tut mir leid. Muss ich vielleicht neu bestellen, wenn wir es überleben und jemals wieder nach La Rochelle zurückkommen. Okay, Sicht ist praktisch null. Das ist natürlich jetzt super ungünstig für einen Torpedoangriff. Aber wir haben hier schon zwei Ziele. In der Theorie zumindest. So, wie schaut's aus? Empire Light. Silesia. Ich glaube, wir sollten uns sowieso umdrehen. Ach du Scheiße, wir sind ja mitten im Konvoi. Und wir fahren direkt auf den Zerstörer vor. Zu. Beziehungsweise, das ist eine Korvette. Zerstörer. Korvette. Korvette. Ach du grüne Neune. Jetzt aber mal ganz langsam hier. Schleichfahrt. Oh, oh, oh. Mir schwant Böses. Man hört schon die Schraubengeräusche. Herr Kaloy. So, wer ist denn gerade frei, Herr Kaloy? Alle auf Gefechtsstationen nehme ich an. Einmal Blaulicht. Okay, Kreiselkompass ist aus. Lenzpumpe ist aus. Ich hoffe mal, dass jetzt aktuell die ganzen unnötigen Verbraucher aus sind. Wie schaut es denn aus da oben? Ich meine, eigentlich hat man schon fast die perfekte Schussposition wahrscheinlich, aber wir sehen halt nichts. Ich bin aktuell, glaube ich, nicht in der Lage, Ziellösungen zu ermitteln. Kann das sein? Frachter zeigt er mir hier an. Was haben wir hier? Oh, das ist ein schwedisches Schiff. Flower-Klasse. Das ist ein Kriegsschiff. Frachter. Mann, Mann, Mann. Ein Kilometer. Jetzt können wir einfach nur beten, dass die uns noch nicht entdeckt hat hier. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, er hat uns entdeckt. Die nehmen uns unter Beschuss. Sofort tauchen. Oh, 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 oh. Wasserbomb. Wasserbomb. Alle mal voraus. Ach du grüne Leute. Kommen wir auf Tiefe vielleicht? 60 Meter. 70 Meter. Schleichfahrt. Ich glaube, den Konvoi können wir vergessen. Oh. Wie konnte ich hier nur reingeraten? Ich glaube, mit denen muss ich mich gar nicht erst anlegen. Die wissen, dass ich da bin. Die haben hier ausreichend Kriegsschiffe am Start. Und selbst wenn es mir gelingt, also ganz oft blöd, schieße ich hier noch den falschen ab und treffe irgendeinen Neutralen. Üble Sache. Ganz, ganz üble Sache. Hoffentlich kommen wir aus der Nummer noch ungeschoren raus. Also ich scheine, scheint noch keinen Treffer gegeben zu haben. Aber die behaken uns natürlich jetzt. Boah, ich war echt guter Dinge, als wir los sind. Die letzte Feinfahrt, das war doch ein ziemlicher Spaziergang im Nachhinein. Aber jetzt, wir haben noch kein einzigen Torpedo abgefeuert. Mussten zweimal tauchen und jetzt haben wir, glaube ich, gerade so richtig... ...Ärger hier am Start. Ja, die spucken an der falschen Stelle. Ich hoffe, wir können uns davon schleichen. Die beiden hier haben sie auf uns abgesehen. Wir gehen noch ein bisschen tiefer. 120 Meter. Ganz ruhig, Männer. Das ist noch gar nichts. Jetzt wird's psychologisch, meine Herren. Ich lass mich mal hinten blicken. Ich hab irgendwie so ein bisschen... Ach, ein bisschen im Verdacht, dass irgendwo einer... ...nicht das tut, was er tun sollte. Da hatten wir ja schon so ein paar Probleme. Wie schaut's eigentlich aus hier mit den Sauerstoffreserven? Da ist auch schon wieder ganz schön weit runtergegangen. Also mit den Drucklufttanks, meine ich. 123 Bar. Aber jetzt hier einen Kompressor einschalten, ist, glaube ich, keine gute Idee. Batterie sieht gut aus. Sauerstoff, Sauerstoff, alles noch okay. Uhrzeit? 6.50 Uhr. Das wird wahrscheinlich bald hell. Aber wenn sich das Wetter so hält, dann ist es zumindest sehr, sehr neblig. Kann ich eigentlich auch, was mich gerade mal interessieren würde, den hier im Vorraum, den ich gerne mal gerade übernehmen. Das kann ich doch bestimmt auch manuell hier, oder? Ach, du grüne Neune. Herr Kaloi? Bedrohlich. Frachter, 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 Flower-Klasse, Isles, F-Klasse, Frachter, Frachter. Da sind halt echt viel zu viele Kriegsschiffe dabei. Das knistert schon wieder so ein bisschen im Gebälk. Haben sich die beiden Seemänner eigentlich mal erholt? Das waren doch die beiden hier, oder? Ich glaube, die sind wieder fit. Was will er? Konrad Otto? Ah, er legt sich hin. Okay. Ja, gut so. Ganz ruhig bleiben. Was haben wir hier? Moment. Wir haben ein bisschen Wasser im Boot, oder? Naja gut, das ist nicht allzu viel. Auftrieb ist nicht beeinträchtigt. Naja, die suchen mich halt jetzt, ne? Drei Kriegsschiffe. Legen Sie den Kurs an. Oh, 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 oh. Der Kurs gefällt mir hier nicht, den der gerade einnimmt. Batteriekapazität, alles noch gut. Sauerstoffgehalt, gut. Alle Maschinen, stopp. Okay, und wieder auf Schleichfahrt. Einfach nur irgendwie hier rauskommen, lebend. Ich meine, die werden mir jetzt wahrscheinlich auch nicht ewig nachstellen. Ist zumindest meine Vermutung. Die werden schon zusehen, dass sie ihren Konvoi halbwegs zusammenhalten. Ach, hier sieht man es ja eh. Das fällt mir jetzt erst auf. Die sind neutral. Und die rot eingefärbten, das sind halt die, die ich angreifen darf. Okay. Ne, die anderen Kriegsschiffe haben schon wieder abgedreht und schließen sich wieder dem Konvoi an. Der dreht hier nochmal eine Runde. Moral ist bei 44%. Leute, ich glaube, wir kommen raus aus der Nummer. Kann schon mal ein bisschen höher gehen. Direkt auf Zero-Tiefe, würde ich sagen. Wir gehen. Das sieht gut aus. Okay. Ich muss unbedingt was für die Moral tun. Ich denke, wir sollten auch dringend mal auftauchen. Dann gibt es mal was zu futtern. Dann dürfen die Jungs mal eine Runde Karten spielen und solche Geschichten. Eben alles, was irgendwie gut für die Moral ist. Vor allen Dingen aber auftauchen. Ich meine, der Wasserbombenangriff und dann die ganze Zeit auf über 100 Meter zu sein, ist jetzt natürlich nicht so ganz ideal für die Moral. Okay, wie schaut es aus? Ja, auftauchen. Disziplin und Moral wieder in den Griff bekommen. Ein paar von den Heinis hier noch abziehen. Die sind halt auch ziemlich überarbeitet aktuell. Dann. Setzen wir den Typen aus dem Hochraum. Ich brauche, eigentlich brauche ich einen zweiten Funker. Das sind beides so wichtige Positionen, Hochraum und Funkraum. Muss ich eigentlich idealerweise permanent besetzt halten. Sonst muss ich den hier die ganze Zeit hin und her schicken. Aber die Meldung müssen wir schon raushauen. Das ist wichtig. Ich meine, das ist immerhin ein ganz... Ah, wir sind außer Reichweite. Aber wir kriegen trotzdem ein Funk-Telegramm vom BDU rein. Aber wir können rausfunken. Okay, aber ich lasse den... Ich schicke den wieder zum Hochraum. Das ist jetzt aktuell einfach viel, viel wichtiger. Was können wir sonst noch tun? Feierabend machen für heute, würde ich sagen. Auch wenn wir noch kein einziges Schiff versenkt haben. Aber ich schaue erstmal, dass die Moral wieder steigt. Damit wir hier wieder ordentlich einsatzfähig sind. Ich meine, das geht jetzt eh schon wieder hoch. Von ganz alleine dadurch, dass wir wieder... ...aufgetaucht sind. Und dann geht es eben in der nächsten Folge weiter. In der Hoffnung, dass wir dann endlich mal ein bisschen was vor die Rohre bekommen. Wir haben noch keinen einzigen Torpedo rausgehauen. Das ist echt gerade ein bisschen frustriert, die ganze Geschichte. Aber trotzdem ziemlich cool, muss ich gestehen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.